Das ist der Hafer- und Bananen-Blues, das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Los jetzt. Ich hab noch was vor. Die Fischstäbchen sind im Ofen und werden schwarz. Die Fischstäbchen, die Fischstäbchen, die Fische. Jenny hat gekocht. Genau. Bald machen wir einen Koch-Podcast. Ein Koch-Podcast. Es gibt Fischstäbchen und Salat-Bowl mit Falafel. Also es gibt Fischstäbchen mit neumodischem Kram. Genau. Sehr gut. Folge 141 steht vor der Tür, Jenny, und wir sind mal wieder in so einem normalen Modus, möchte ich mal sagen. Es ist Freitagabend, der Ofen brummt, du hast es gerade gesagt. Und es ist so ein bisschen, wir laden jetzt kurz unsere Hörerschaft so zur Redaktionssitzung ein. Wir überlegen uns, was wird am Wochenende noch so kommen, was haben wir noch an Interviews vorbereitet und, und, und. Und wir sagen das kurz und dann tschüss bis Montag. Tschüss, tschüss. So. Fischstäbchen essen. Und dann Fischstäbchen essen. Genau. Ja, Redaktionssitzung. Nicole? Nicole? Genau, die Nicole. Ich erkläre wieder Begriffe aus der Reiter- und Pferdewelt, die ich als Laie, der ich bin, nicht kenne, aber ich leite sie fachmännisch her. Gibt's schon einen Begriff? Ja. Wir haben schon einen ausgesucht. Ja, würdest du mir den vielleicht verraten auch, damit ich schon mal, weil ich, also das so spontan, so eine spontan Herleitung ist ja schon schwierig. Jetzt schon verraten? Ja, nur den Begriff. Ah, dann ist ja unspannend. Meinst du? Ja, komm, sag mal, nur den Begriff. Piephacke. Was? Piephacke. 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 Okay. Ich glaube, ich glaube, Piephacke, das klingt so nach was? Piephacke. Aus der Welt, so des Pferdezubehörs, was vielleicht … Ja, denk nochmal drauf rum. Ja, ich denke nochmal drauf rum. Ich glaube, es hat sowas mit … Du spürst nicht, wie ich denke. Mit einem Start-up zu tun, das was erfunden hat als Zubehör fürs Pferde. Das könnte so eine, das könnte so eine Pferde sein. Ganz sicher. Ich habe ein Interview angefragt übrigens, das muss ich kurz erzählen. Du lachst schon, du kicherst schon. Ja, ich weiß auch bei wem. Ja, das Sommerhaus der Stars. Ist es eigentlich so, dass wir jetzt spoilern, wenn wir sagen, wer gewonnen hat? Ist das im linearen Fernsehen schon gelaufen? Nein. 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 Also, das ist ein Spoiler, dann müsst ihr jetzt kurz ausmachen oder vorspulen. Nee, okay. Wir müssen ja nicht sagen, ob die gewonnen haben. Ist ja auch scheißegal. Aber wir haben … Also, wenn du es jetzt sagst, dann weiß man doch, dass die gewonnen haben. Nein. Weil du jetzt vorher gefragt hast, ist das jetzt doof, wenn wir sagen, wer gewonnen hat? Ja, ist es. Also, es hätte ja auch sein können, dass die jetzt dramatisch rausgeflogen sind im Finale. Könnte auch sein. Ja, könnte auch sein. Aber es war ja ein homosexuelles Pärchen da drin, Lars und Dominik. Und von Dominik war ganz am Anfang in der aller, aller, aller ersten Folge mal zu sehen, dass der Voltigierer ist. Ja. Und der hat auch eine Voltigierfigur. Also, wie ein Zaunpfahl. Und ich glaube, dass der das richtig gut macht. Absolut. Und da war danach nie mehr die Rede davon. Und jetzt habe ich gedacht, nachdem das dann jetzt ja rum ist, also die letzte Folge kann man in der Pay-Version von RTL schon gucken. Da dachte ich, ich schreibe jetzt mal sein Management an und frage mal. Vielleicht kaufen die jetzt von dem Gewinn ein tolles Voltigier-Pferd. Zum Beispiel. Das dürfen wir ja gar nicht sagen, dass die gewonnen haben. Ja, das könnte ja sein. Und also sein Management, diese Firma heißt Be-A-Statement-Management. Die Frage ist. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felby.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten. Für Hund und Katz gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei Felby vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei Felby gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjellreven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassirunde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felby.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felby, für die beste Zeit mit deinem Tier. Jetzt, welches Statement will er geben? Also sagt er jetzt, ich habe ein Herz für kleine Podcasts und gebe denen auch ein Interview oder ist das Statement eher, komme ich noch in die Wetten, dass Revival-Show neben aber auf die Couch zu Thomas Gottschalk? Oder ins Dschungelcamp. Also ich weiß nicht, wo jetzt so das Herz schlägt. Also welches Statement will Dominik geben? Uns ein Interview oder will er doch zu Wetten, dass? Und nach Hollywood und so. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Was wir auf jeden Fall hören werden, ist in der Sendung noch der zweite Teil des Interviews mit Melina, die Western-Expertin. Die Sitzschulung im Western-Sattel. Genau, die Sitzschulung im Western-Sattel und generell im Sattel. Und wenn wir ganz gute Laune haben, gibt es noch ein Interview mit einer, tatsächlich mit einer Start-up, mit einer Firmengründerin, eine Frau, eine junge Firma, ein junges Berliner Unternehmen, das vegane Halfter herstellt. Ach du Scheiße. Ja, jetzt, genau. Und jetzt essen wir. Das wäre jetzt die perfekte Bridge zu den Fischstäbchen, die nicht vegan sind. Ich muss aber jetzt noch eins sagen. Heute hat mir eine Hörerin gesagt, eine ganz treue Hörerin, hat es ja immer gut und schön, aber ich höre euch zu, ihr seid so klasse und ich pisse mich weg vor Lachen. Und wenn die Interviews kommen, mache ich immer aus. Das ist ja ein Kompliment, aber ist ja auch irgendwie so, du musst noch ein bisschen mehr hier scharren. Und kann man, ich weiß nicht, also man könnte das irgendwie so machen, wenn man alles hört, bleibt es kostenlos. Und wenn man nur uns will, weißt du, dass wir da so eine Pay-Version noch einstellen. Stimmt. Also man muss alles hören, dass es kostenlos ist. Und nur uns zu hören, kostet in Zukunft Geld. Also, haltet euch dran. Genau. Tschüss. Reinhören, alles anhören, sonst Aua. Tschüss, bis Montag.